wir haben jetzt in der letzten folge in der letzten folge unser brecheisen gefunden durchzuschleichen oder er ist sehr gut funktioniert und jetzt geht es weiter zum versteck ich glaube da oben ist jemand vielleicht mache ich auch hier erst mit dunkel ja okay jetzt wir müssen wahrscheinlich der hoch was mir nicht unbedingt gefällt mal da zwei herren stehen das gefällt mir ganz und gar nicht aber vielleicht müssen wir auch darüber nicht in die richtung vielleicht müssen wir auch hier entlang wir müssen wir in diese richtung nur wie kommen wir da rüber da müssen wir wirklich an den 2 in der verfahren müssen wir jetzt nicht unbedingt gefangen oder können wir uns hier dran hängen ich habe Angst und drauf laufen können wir auch nicht und das wird natürlich auch nicht klappen halt das klappt nicht also schätze ich müssen wir dann doch an den herren vorbei also das wird alles 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 cool alles 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 Er wurde verletzt. Na gut, sie gehen eh. Äh, legt mich doch ab. Na gut, wenigstens. Dich finde ich fertig. Naja, wenigstens hatte ich einen Rache-Kill. Ah. Das tut mir jetzt echt leid, Freunde, dass ich so... ...fail. Aber naja. Wenn man nur gutes Gameplay sehen würde, wäre es ja auch irgendwann langweilig. So, nehmen. Alter, der ist voll. Nehmen. Nehmen. Äh, direkt. Weg. Sehr gut. Hier mal nachkippen. Leben nachkippen. Ich glaube, ich speichere mal, wenn ich schon soweit bin. Da ist jemand, der putzt. Und... Und die sehe ich hoffentlich nicht. Der putzt den lasse ich mal. Schleich mich hier weiter. Da sind zwei. Das war unser letzter Sand. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Ja. Ein Monster! Der ist hier! Ah, der ist hier! Die ist hier! Das, was war ich! Nein! Nein! hat doch eigentlich ganz gut geklappt so wohin jetzt und vor allem würde ich gerne wissen wie wir samt bekommen vielleicht muss ich später mal googeln wie wir samt aufnehmen oder bekommen so es war fehler das war sogar ein schwerer fehler 20 meter in diese richtung oder ist da ist heilung nein hier machen wir kurz dunkel wer weiß was da ist ok hier ist nichts hier ist was zum hochklettern da komme ich aber bloß da hoch hoch und da ist mein controller leer hier sehe ich jetzt doch da hinten sind gegner ok kann ich mich da dranhängen nein geht nicht da hinten putzt einer ich dachte ich habe etwas gehört machen wir hier mal schnell dunkel da ist du bist du bist du bist du bist du bist Ok, sie habe ich wieder verloren. Ich will nicht schnell mal den Lebensdrang. Ich verstecke mich gleich wieder hier hinten. Ist das da hinten vielleicht Sand? Das ist Sand. Hier machen wir kurz aus. Oh, na endlich. Sehr schön, also jetzt haben wir Sand. Und ich verstecke mich dann mal wieder hier drin. Naja, ich beende die Folge hier mal. Ich bedanke mich hier immer fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.